So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Dieses Mal wollen wir jetzt endlich den Firefly Hauptquartier... Oh, scheiße, 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 Falle. Klasse, ich hab gedacht, wenn wir eine Alarmanlage. Aber es war wohl doch eine Falle. Ja, auf jeden Fall wollen wir uns ins Hauptquartier oder Nebenquartier, wie auch immer, vom Firefly vorkämpfen. Also, das ist seltsam. Wir sind nun getrennt und schon wieder die Tür klingelt. Ich klinge auf. So. Hau, hau. Nein, ich lasse mich halt noch hier zurück als Futterer. Hier ist mir alles glücker. Ui, 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 ui. Ja, komm, dann gucken wir mal, dass wir hier wegkommen. Was liegt mir eigentlich alles rum? Okay. So. Infizierte. Ja. Moment, sonst. Was ist das? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sieht leine. Oh, der las das scheiß Ding da ab. Ich pisse mich mal komplett hier. Geh mir mal aus der Sonne. Oh, der ist noch ein Mega rein. Alter. Ja, du hast das Ding bald mal nachgeladen hier. Du schläfst ja ein. Alter, scheiße. Alter. Wie viel verschissene von den Fischer rennen hier bitte rum. Geh mir jetzt drauf. Alter. Oh, der ist viel mehr Klicker dürfen wir nicht mehr hier auf dem Weg laufen. Alter, das Ding schnell mal. Auf Klicker brauche ich immer noch einen Nachschuss. Messer herstellen, Messer herstellen, Messer herstellen. Medikit, Medikit, Medikit. Not a Medikit. Alter, der Fischer sieht ja mal nervig hier. Ich geb mich grad alle Fett am Arsch lecken. Alter, was ist mit denen los? Das ist ja der Wahnsinn. Wow. Wo kommt die Sau doch immer her? Flucht, 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 Flucht. Flucht. Ganz, ganz heftige, hästliche Flucht. Verarzt. So. Flammulation hier. Alles her, was wir hier haben. Wie viel von den Fischern gibt es hier? So, auf jeden Fall gibt es jetzt eins weniger. Wo? So. Wow, das ist schon wieder schon dreckig. Das ist ja ab, ah, das ist hier. Aber hier guckt man wenigstens mal ein bisschen Munition, ne? Geht aus der Sonne. Au. Au. Du warst gut. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar. War es das? Ja. Wie schön, das war es ja schon. Haha. War ja kaum was los hier. Und Basie. Geh mal her. Kann man irgendwas brauchen. Da hoch oder? Da lang? Ach, du Scheiße. Okay. Hier sind wir also im Kindergarten. Wie dir das an? Wie in der Schule. Warum hat es sie erwischt? Na schon. Los, lass mich das Ding da runter, du. Alter. Fast auch ein Schädel. Na los. Hallo? Ich finde sowas gar nicht witzig. Alter, Leute. Lauf! Alter, das war aber fies. Geh weg von der Tür. Ich habe nur zwei Messer, nachdem ich ja nochmal sehe. Alter, das war so ein. Oh mein Gott. Lauft, Leute. Lauft. Wuhu! Ist das der Sinn der Sache? Kann man da hoch? Nein, nein. Schade. Wollt euch einfach mal ein bisschen hier. Leute, beeilt ihr euch vielleicht mal? Ich will hier raus. Alter macht das Ding auf hier. Nö. Aus dem Weg hier. Schatz. So. Schatz-Klicke. Oh oh. Da habe ich ihn wohl gereizt. Oh. 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 Jetzt kommt Andreas einmal her. Zeit für die Knut, Leute. Zeit für eine kleine Messer. Absteigen. Alter. Ich bin wieder angepennen mit den Schrauben, meine Hilfen. Oh. Boah. Na, Jungs. Was? Vielleicht gehen wir doch aus der Sonne hier. Na, los! Los! Oh. Oh. Stuart basement. Och. toopar Ich verargent! Ah! Ah! Da steht er. So, warning, infected inside, do not open. Ist schön, wenn das auf der anderen Seite vom Ausgang steht. Auf jeden Fall sind jetzt keine Infizierten mehr da drin. So, wie kann ich mir was sagen? Wir haben es geschafft. Ich habe natürlich keine Munition mehr. Also, lassen wir uns die normale Knarre hier. Laten wir mal kurz nah. Dann geht es weiter. Wir müssen schon mit Firefly. Main. Meilenweit. Auch noch wieder durch die Straßen. Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Schön. Da reden wir mal anders drüber. Na gut, eigentlich könnten wir mal schauen, ob wir da oben Munition haben. Aber man weiß ja nie, was das nächste Mal in Zukunft. Wunderbar, dass die Blutkennen dann schon wieder aus ist. Ich könnte irgendwie mal richtig scheiße erreichen. Was weißt du noch? Das ist so richtig blöde hier. Ja, ja, ja. Warum geht die überhaupt immer in den Arm? Wie schwach kann denn bitte ein Akku sein? So. Oh, Hunde. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Und wild. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Ich hoffe, dass es keine infizierten Hunde sind. Sieht nicht so aus. Es seien, die hauen vor irgendwas ab, was hinter mir ist. Nö. Geh, drücken wir mal kurz in den Ohr. Ja, so ist es, wenn man in so einem Geld aufwächst. Haben wir da oben was Schönes, wo wir mitnehmen könnten. Na, da ein bisschen was. Auf jeden Fall müssen wir vorsichtig sein. Alles klar. Mann, sieht das hier aus. Echt der Wahnsinn. Ist gar nicht cool. Mal oben nachschauen. Hallo, ist doch jemand da? Weil, wollen sie aber unbedingt, dass ich mit der Pistole arbeite, wa? Ja, und. Brief um Vater mit. Bezüge mich mitnimmt. So ist es wahrscheinlich eh ein Tod. So, haben wir hier noch was Schönes. Nö. Das sieht mir doch nach Klebeband aus. Okay. Balkon mit einer schönen Übersicht. Hier könnte man guten Scharfschützenposten aufziehen. Das wäre cool. So, wo seid ihr alle? Da seid ihr. Komm, geh wieder raus. Gibt nichts mehr hier drin. Dann gehen wir weiter zum nächsten Haus. Immer schön. Plündern, plündern, plündern. Okay. Hier ist irgendwas eingetrunken. Oh je. Wie geht der Raum ist relativ klein. Hm. Es scheinen keine Bewohner hier zu sein. Das ist natürlich traurig. Mal oben nachschauen. Hallo. Ich bin wieder in der Notiz. Sag mal. Oh, ganz schön großes Haus hier. Noch immer Klebeband. Oh und Dresor und Dresor. Dann kriege ich wahrscheinlich eh nicht auf. Kombinationen erforderlich. Müssten wir erstmal die Kombination finden. Das ist natürlich ärgerlich. So, was haben wir ganz oben. Streichhölzer. Yeah. Lappen. Radio. Pfeile. Ernsthaft. Natürlich, was jeder Amerikaner in seinem Haushalt hat, Pfeile. Alles klar. Dann ist das Haus hier auch mal gewäumt und sicher. Ich sage hier raus. Und so weiter diesen schönen Fernsehtouren. Durch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut und haut rein.